Ich bin 30 Jahre alt. 30 Jahre. Eine lange Zeit, von der es bestimmt sehr viele Anekdoten zu erzählen gibt. Geschichten aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend. Aber eine Geschichte erinnert irgendwie an ein Märchen. Es ist fast wie bei Aschenbrütteln. Ich bin die Erzählerin. Ich bin der charmante Prinz. Wir sind die bösen Schwestern. Ich bin Aschenbrütteln. Ich bin die gütige Fein. Es war einmal in einem fernen Land im Osten oder Westen. Dort lebte ein der charmante Prinz. Ich bin der charmante Prinz. Die bösen Schwestern liebten auch dort. Wir sind die bösen Schwestern von Aschenbrütteln. Ich bin Aschenbrütteln. Wir sind froh. Wir werden mit dem charmanten Prinz kanzeln. Beeil dich. Wir gehen zum Ball. Okay. Ein bisschen später. Ich bin Aschenbrütteln. Ich bin so traurig. Seid nicht so traurig. Seid nicht so traurig. Ich bin die gute Fein. Wie er mich verschnittert. Wie er mich verschnittert. Warum bist du so traurig? Ich kann nicht zum Ball gehen. Aber doch, du gehst. Okay. Ich werde dich mit einem wunderschönen Gewand bekleiden. Ding. Oh, wie schön ist es. Ich werde dir Strümpfe geben. Ich werde dir Bläsene Bantoffel anziehen. Danke. Vielen Dank. Wie bin ich glücklich. Du kannst jetzt zum Ball gehen. Du bist und musst von Mitternacht zurück sein. Okay. Ein bisschen später auf dem Ball. Ich bin der charmante Prinz. Ich bin so schön. Du bist so schön. Ehrlich so schön. Ich weiß. Ich werde mit dir tanzen. Okay. Wir werden grün vor Eifersucht. Dann werden grün. Ich bin ja so glücklich. Ich bin ja so schön. Er ist so schön. Ich bin die gütige Fein. Weihnachten. Beziehe. Bald wird es Mitternacht. Die Turnur fängt an zu schlagen. Oh, ich habe meine Gläser in den Kartoffeln verloren. Aber ich muss gehen, bevor der Zauberband gebrochen ist. Oh, guck mal, sie hat einen Gläser in den Schul verloren. Ich muss sie finden. Ich möchte sie heiraten. Sie ist so schön. Am nächsten Tag. Ich bin so traurig. Wir sind so eifersüchtig. Ich bin die wütige Fee. 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 Alsbald kam der charmante Prinz ins Haus und er hatte noch immer so ein schönes Aussehen. Ich bin so schön. Du bist so schön. Er ist so schön. Ihr seid so böse. Wir sind so böse. Ich bringe eine Kartoffel. Äh, Pantoffel. Wollt ihr ihn anprobieren? Er passt wie angegossen. Oh nein, er passt überhaupt nicht. Doch er passt. Nein, er passt nicht. Doch er passt. Nee, er passt nicht. Doch er passt. Er passt so etwas von überhaupt nicht. Okay. Wollt ihr ihn anprobieren? Okay. Er passt wie angegossen. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich werde dich heiraten. Okay. Wir werden grünfrei versucht. Dann werdet grün. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so schön. Ich bin die gütige Fee. Wir wissen es. Und sie lebten noch lange glücklich und zufrieden und sie bekamen zwei Kinder. Okay. Okay. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Okay. 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 Vielen Dank.